Wenn du Unternehmer, vor allem in einem KMU bist, dann hast du, glaube ich, immer zwei Berufe. Den einen Beruf, der tatsächlich die Arbeit in deinem Unternehmen ausmacht, also Tischler, Spengler, Dachdecker, was auch immer. Und gleichzeitig hast du auch noch diesen anderen Beruf, Unternehmer zu sein, also dieses Game of Business zu spielen. Und ich glaube, dieser zweite Beruf ist der viel wichtigere. Der wird aber viel weniger trainiert und viel weniger geschult. Denn für den ersten Beruf haben wir klare Regeln, wie eine Ausbildung aussehen muss, welche Abschlussprüfungen man dann bestehen muss, um den Beruf überhaupt ausüben zu dürfen. Für den zweiten Beruf, den des Unternehmers, da gibt es zwar eine Unternehmerprüfung, aber die bereitet dich nicht wirklich darauf vor, was danach kommt. Und dieser zweite Beruf ist viel wichtiger, denn den musst du wirklich jeden Tag ausbauen und weiterentwickeln und dich selbst damit weiterentwickeln. Und jetzt frag dich einmal, wie viele Seminare hast du im letzten Jahr besucht, um ein besserer Unternehmer zu werden? Ich selbst besuche mindestens zwei bis drei solche Seminare pro Jahr und ich sehe, wie viel Potenzial noch in diesem Bereich mich da ist. In dem anderen Bereich, da müssen wir auch immer weiterarbeiten, aber dieser Unternehmerbereich, der ist so wichtig, den können wir keinen Tag vernachlässigen und deswegen müssen wir täglich daran arbeiten. Ich wünsche dir viel Erfolg!